What is love? Baby, don't hurt me. Das Donauinsel Open Air findet Ende Mai statt. Wir sind auf der Marie-Hilfer-Straße und verlosen Tickets. Dafür müssen die Leute sich Künstler erraten, die auf dem Donauinsel Open Air auftreten. Mal sehen, wie gut sie sind. Jason Derulo. Das ist Hathaway. Hathaway, okay. What is love? Baby, don't hurt me. Hathaway. Stimmt, ganz genau. Wer ist das? Das weißt du auch, oder? Age of the Hazzle. Den habe ich auch schon mal gesehen. Ich glaube, den kenne ich auch nicht. David Hasselhoff. Das ist David Hasselhoff? Ja. Ja, das ist peinlich. Ich muss nur noch eine Person richtig erraten. Genau. Kim Wild. Kim Wild, das ist Kim Wild, okay. Ich habe wieder keine Ahnung mehr. Das ist Kim Wild. Mike Krüger, grüße, grüße. Stimmt leider nicht. Geh mal Bier holen, Junge. Ja, ist der Vollidiot. Vicky Krause, Junge. Ja, genau. Wer ist das? Das sind die Atzen. Ja. Die zwei Atzen. Die Atzen? Ja. Du hast jetzt zwei Tickets gewonnen. Ja, man. Richtig fett. Danke. Freust du dich drauf? Ja, voll. Auf jeden Fall. Was wirst du dort machen? Keine Ahnung. Schauen wir mal. Zwei Tickets. Fett. Danke. Ach, Digga. Robin Schulz? Ja. Ist es Robin Schulz? Ja. Ja, Digga. Niki Lauda. Mama Lauda. Mama Lauda. Ja, man. Voice-Track auch noch. Geil. Maler Island. Mit dem Code heute20 kriegst du 20% auf deine Tickets für das Donauinsel Open Air. Klick auf den Link in der Bio.